Oh nein, Freunde, etwas Schreckliches ist passiert. Prinzessin Peach soll sich angeblich beim Ionentor aufhalten. Professor Gumba hat uns schon mal vorgegangen und wir müssen jetzt auch hinterher. Wir haben nämlich jetzt alle sieben Sternjuwelen und können somit das Tor... Naja, entweder wir machen es zu oder, warum auch immer wir es wollten, machen es auf. Wir schauen auf jeden Fall mal, wie es jetzt weitergeht. Ich habe das starke Gefühl, wir kommen jetzt zu Kapitel 8, was wahrscheinlich auch das letzte Kapitel sein wird. Ja, und in der letzten Folge haben wir ein paar Quests gemacht und deshalb ist Mario jetzt gelb. Da ist jetzt Mario. Aber nein, wir sind ganz nett und lieb und wollen helfen. Und deshalb sind wir jetzt auch, das ist genau diesen Grund, hier. Das wird ziemlich unangenehm, glaube ich, ehrlich gesagt. Du kommst spät, Mario! Ja, sorry, ich habe noch ein paar Quests gemacht. Naja, die Körbe scheint auf jeden Fall nicht mehr hier zu sein. Irgendwie müssen sie es geschafft haben, durch die Tür zu kommen, glaube ich. Was? Das kann nicht sein, wie soll die durch die Tür gekommen sein? Hm. Egal, stehen wir auf jeden Fall erstmal hier oben drauf. Und ja. Also Osmarium, halte die sieben Sternjuwelen hoch. Alle auf einmal? Na gut. Da hat das letzte, sieht am allerschönsten aus. Wirklich ein Kristall. Auch so bunt, von den Farben her, oder zumindest so die Reflexion. Da hinein. Ach, wahrscheinlich kann ich jetzt erst die Röhre freischalten, ne? Ich idiot, ich bin die ganze Zeit, jetzt eine Folge hin und her. Ach, egal. Passt, ist egal. Ignorieren wir das. Oh, sieht schön aus. Wir haben endlich alles erreicht. So, mit all unseren Freunden. Ich glaube, nicht mal die Karte kann uns noch mehr irgendwas sagen, oder? Wow. Das Hieron-Tor ist nun vollständig zu, oder? Offen. Oh, wir machen es auf, okay. Schau, das Tor! Warte mal, vielleicht war das doch keine so gute Idee, die Dinger zu sammeln und das Tor jetzt anscheinend zu öffnen. Oh, oh. Andererseits hätten es die ja bekommen. Mussten es also tun. Oh, oh. Oh, was zur Hölle? Wortwörtlich, hinter dem Ion-Tor ist die Hölle. Was ist das denn? Ein Portal? Endlich wird der Ion-Palast geöffnet. Schnell, bevor der Prinzessin etwas zustößt. Und bevor diese Kerle die Welt erobern. Ihr müsst die Prinzessin Peach retten. Warum will er auf einmal das wieder? Okay. Also, Mario, gehen wir. Mhm. Mario ist einfach so eine Explosion. Und einfach so, mhm. Wie super. Gut. Nehmen wir halt hinein, wenn ihr meins. Ich trau dem Braten nicht. Aber was sollen wir sonst machen? Kapitel 8. Die Legende vom Schatz. Jetzt kommen wir in Finale-Stimmung. Würde ich mal sagen. Warte mal, es ist ja wirklich ein riesiger Palast. Ionen-Palast. Wow. Sieht aber schick aus. Sehr teuer alles. Mann, ist das unheimlich hier. Aber wir sollten uns nicht abschrecken lassen. Wir müssen Prinzessin Peach finden, bevor diese Typen irgendwas anstellen können. Gehen wir, Mario. Okay. Was an Ort. Der Eingang des Ionen-Palastes ist beeindruckend, findest du nicht auch? Schon seit Ewigkeiten war hier kein Mensch mehr. Alles ist so groß. Mann. Ist ganz erschlagen. Aber irgendwie riecht die Luft hier faulig. Oder will ich mir das nur ein? Wenn die wirklich schon vorgegangen sind, wie sind die hier reingekommen? Das stimmt irgendwie nicht. Das kann irgendwie nicht stimmen, oder? Hä? Wie sind die Gegner reingekommen? Was zur Hölle? Können wir jetzt überhaupt noch fliehen? Oder sind wir jetzt hier gefangen und müssen erstmal hier alles klarkommen? Kämpfen wir erstmal gegen den Gegner und machen uns ein Bild vom Ganzen. Oha, die Musik ändert sich hier gar nicht beim Kampf. Ja, spiel meinst du jetzt wirklich ernst? Was sind das für uralte Flutter? Die müssen jetzt seit tausend von Jahren hier sein. Oder hunderte zumindest. Habe ich recht? Das ist ein Swoopula. Swoopulas sind Blutsauger, die aus der Luft angreifen. Ach. Swoopula Dracula. Nein, KP. Wir haben keine Verteidigung. Swoopulas saugen nicht nur deine KP, sondern erholen sich dadurch selbst. Widerliche Kreaturen. Lass nicht zu, dass die mich aussaugen, bitte. Ach was. Das kriegen sie eh nicht hin, ne? Das ist erstmal eine Vario vorbei. Wah. Ich bin sehr Vario. Na komm, hau raus. Die Musik ist schon... Schon ein bisschen gruselig, kann man sagen. Kann man wirklich kontern mit B? Ich weiß es gar nicht. Das Spiel hat es eigentlich nicht gesagt. Egal. Ich werde es irgendwann daraus finden. Vielleicht. Oha. Gumbrina macht wirklich viel Damage. Na. Vielleicht hat man es gehört. Ich habe vorhin schon angerücken. Ich hätte eigentlich gelandet, aber dann war ich so verwirrt. Warum akzeptiert mein Input nicht? Habe ich nochmal geguckt? Ja. Ich rette mich hier raus. Aber es ist wirklich so. Hey, aber zumindest geben die gute Erfahrungspunkte. Können wir nochmal ein Level abgestorben? Vielleicht hatte ich doch nochmal KP-Level. Von den OP habe ich sowieso jetzt... Oder das größte, was ich brauche, habe ich jetzt eigentlich schon. Von daher... War vielleicht nicht verkehrt. Aber es ist jetzt warum ich noch mal gegen die... Wo bin ich denn Erfahrungspunkten? Komm, wenn es nicht sein muss, muss nicht sein, wa? Du musst dir einen sehen oder einfach schnell vorbeirennen. Und dann ist auch wieder gut. Bist du nichts? Waha! Ne, schauen wir nicht. Okay. Was ist denn der Boden? Ist das Wasser? Ist das so wie blaue Labe? Was soll das darstellen? Wo sind wir hier, Mann? Okay, UG1. Aber trotzdem, wo sind wir hier? Sind das normale Knochen-Trocken? Tote Kuh passiert seit tausend von Jahren. Tod leben. Tod leben, hm? Lustig. Boah, nach vier Damage, die stehen die immer noch. Das sind keine normalen Knochen-Trocken. Die haben starke Knochen, Mann. Aber richtig starke. Mal sehen. Wie stark hier sind. Das ist ein Knochen-Trocken. Knochen-Trocken sind skelettiert der Überreste von Cooper. Ach, das weiß ich ja schon. Ähm, ja, aber die sind vom Ion-Palast. Die haben acht KP, fünf Angriff und zwei Verteidigungen, die ich meine. Okay, du musst dir alles auf einmal schlagen. Ja, oder für Attacken. Ja. Oder. Ich hau ab. Andererseits. Nee, komm. Ich krieg' bestimmt noch hin. Die Gegner. Die haben aber so viel Verteidigung, hab ich grad gesehen. Hör, was denn jetzt los? So ein Rauch hier vor uns. Und Wasser ist gerade von oben runtergekommen. Jetzt sind die Sitzung aus. Nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach doch, schaut mal. Man kann vielleicht doch irgendwie kontern. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. So, beide Schwächen. Und dann nächste Runde beide besiegen. Ich hab' ja echt gesagt, jetzt ein bisschen Angst in diesem Gebiet. Ich hab' keine Ahnung, was jetzt in Kapitel 8 noch... Äh, vor uns kommen wird. Was auch auftauchen wird alles. Ja, aber komm, die machen nicht so viel damit. Nein, hör auf damit. Bitte nicht. Ach komm, ernsthaft. Ach, willt ihr was? Wisst ihr was? Das wird mir langsam zu blöd mit euch. Sternhage, drücke A so oft wie möglich. Okay. Dann los. Hör. Da ist der erste. Hör. Der zweite Schnitt. Hör. Der nächste. Ich hab' Mario Party Gugel gespielt, dass ich ausfällen kann. Hör. Oh, der ist runtergegangen fast. Fünfzehn Damage auf alle. Okay, das hat aber auch... Alter, das hat richtig viel gekostet. Wie viel war das? Sechs Sternen-Energie-Punkte? Aber 15 Damage auf alle? Wenn ich's gut mache? Und das war ja auch gut. Und das ist auch relativ einfach. Das geht voll fit. Wenn ihr mich fragt. Aber okay, die Knochen trocken lohnen sich nicht wirklich zu bekämpfen. Die geben nicht so viel wie die Swooper. Deshalb... Dann drehen wir die. Alter! Die sind jetzt vergoldet! Och nee, nicht schon wieder. Hey was? Ich kann halt einfach so besiegen? Bin ich mittlerweile so stark? Die trocken aber auch kein Geld oder sonst was. Ach komm! Ernsthaft? Und trotzdem erwischt er mich? Okay, die Sterbemünze machen aber fünf Damage, alter. Fabrina, Hilfe! Ja, kein Problem, Mario. Na, wie langsam. Was ist ein Raketen-Willi? Raketen-Willis werden von Raketen-Willi-Kanonen abgefeuert. 3 KP, 6 Angriff zur Verteidigung. Hohe Angriffskraft, aber wenig KP. Erledige sie, bevor sie dich treffen können. Denk aber auch an die Raketen-Willi-Kanone, sonst jagt die Raketen-Willi den nächsten. Oh no. Not so good. Oh nee, wir machen nicht genug Damage, lange nicht. Sorry, Gunbrina, ich hätte abhauen sollen. Ups. Ah, okay, sie hat ein bisschen mehr Verteidigung zumindest. Ach komm, ernsthaft, mir fehlt ein Erfahrungspunkt. Na, kommt jetzt her. Mal jetzt hier einen richtigen, ernsthaften Kampf, ja? Habt ihr verstanden? Okay, wir machen sogar Damage. Okay, okay, das ist not bad. Not bad. Machen sogar Damage, ja. Das muss man mir anrechnen, ja. Ich mache Schaden. Mhm. Mhm. Was haben wir denn hier? Das ist eine Raketen-Willi-Kanone. Raketen-Willi-Kanonen schießen Massen von Raketen-Willis ab. 10 KP, 4 Verteidigung. Das scheinen ja ziemlich harte Burschen zu sein. Aber wenn sie nicht erledigt, schießen sie immer weiter Raketen-Willis ab. Also solltest du sie lieber früher als zu spät verknüpfen. Gut ist es. Gut, gut. Hm, ich hab den Schuh gerufen noch. Nett. Generell, ich hab fast nur High-Items. Ein paar BP-Items. Würde es was bringen, den Sternenblitz einzusetzen? Ich hab das Gefühl, die Antwort wird Nein sein. Deshalb will ich es eigentlich nicht ausprobieren. Äh, wie viel Schaden mache ich mit Mario? Ah, gar kein Schaden. Ach, cool. Hm. Okay. Ah. Ah, ah ja. Ah. Hm. 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 Die müssen wir besiegen. Die sind mitten im Weg, ne? Damn it. Sternenblitz. Versuchen wir es. Versuchen wir es mit dem Sternenblitz. Also zumindest Sternenblitz dann die Kugel, Willis. Und die Raketenkugel, Willis. So heißen die, ja. Ich dachte. Hör alles mal ausprobieren. Alles mal drücken. Abax. Jaax. Noch was? Ja, noch was. Xai. Xai. Bitschropp, bitschropp. Oh. Oh, mach doch genug Damage. Oh. Hätte ich gleich am Anfang machen. Müssen. Andererseits haben die Kugelwies auch mehr extra. Nehmen wir. Egal. Äh. Äh. Erfangen wir mal nicht. Level up. Und wisst ihr was? Wisst ihr was, Freunde? Ich knick ein. Ich level meine KP ein bisschen hoch. Ein bisschen, Freunde. Und plus 5. Ja, 25 Leben. Und 25 BP ist zumindest balance. Ja, wisst ihr? Ich bin mir jetzt eingeknickt. Und das ist mir jetzt auch egal. Wir sind ja alle aus Pappe. Wir klicken irgendwann alle mal ein. Also macht nichts. UG 2. Oh. Was ist das denn? Alles oder Punkt, 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 Ordnung. Bei erfolgreichem Actionkommando plus ein Schaden. Oder bei Fehlschlag gar kein Schaden. Was ist das denn, Mann, ey? Vorsichtig. Sei ganz vorsichtig. Hier wäre der Ordnung, wo man langsam geht, ne? Schätze ich. Okay, komm. Besiegen wir einen von denen. Oder auch. Ne, ist nur einer. Ich wollte gerade sagen. Oder auch zwei von denen. Ne, einer. Fast. JAHU! WAHU! Da bin Kumprina. Mag ich gerne kämpfen. Sie macht 8 Damage. Mindestens 4. Schon nice. Und die 6 Erfahrungspunkte ist das meiste, was wir von einem einzelnen Gegner bisher hatten. Glaube ich. Würde ich auch mal behaupten, Freunde. Ich will keinen Schaden mehr nehmen. Ist gut jetzt? Ist gut jetzt. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Mit Yoshi wäre es glaube ich einfacher. Komm, gehen wir mit Yoshi. Mit Lille Boshi. Nein, Mann. Kannst du auch nicht, ey? Nein? Dann Barbara. Barbara kriegt das safe in. Und. Und. Aber wie spiel man das auch einsetzen kann, ne? Sobald sie ihn packt, reicht das schon. Reichen anlocken. Ich würde den gern anlocken. Ah, Mist. Jetzt werde ich gar nicht von den Flammen erwischt. Und vor allem Barbara ist nicht draußen. Äh, doch Barbara ist eben draußen, aber nicht. Gombrina. 7 Damage mit dem Hammer. Der wird wahrscheinlich keine gute Verteidigung haben, oder? Verbot ich. Mann, was soll das? Ich bin im Menü. Lass mich. Also. Austauschen auf Gombrina. Gombrina macht den Scanner. Der Scanner sagt mir, dass ein komischer Kauz ist. Wir haben das ein Zornlicht. Zornlichter sind Geister, die voller Rachsucht und Wut stecken. Schrecklich, findest du nicht auch? Brrrr. 10 KP, 5 Angriff, keine Verteidigung. Berührst du 1, nimmst du Schaden. Und noch Schlimmeres passiert, wenn du es mit Feuerattacken angreifst. Außerdem können Feuerattacken von Zornlichten auch die dich in Brand setzen. Versuch bitte diese Dinge schnell zu besiegen. Bitte, Mario. Ja, okay. Klar. Ich werde es versuchen. Ah, meine Nase brennt. Schnell auf die Nase schlagen. Jetzt reicht es mal an. Keine Verteidigung, aber großes Gejammer hier von dir. Jetzt reicht es aber. Ey, da haben wir noch mehr Schaden als mein Sprung. Warum das denn? Das ist seltsam. Ey, aber die geben genauso viel tatsächlich. Wie die Super. Vielleicht bekämpft ihr doch die bei dir? Ist eigentlich egal. Münzen. Egal. Nicht wichtig. Äh, Barbara? Äh, Klick, Klick. Okay, da kann ich drüber springen. Hopp, da. Da war ich zuvor, alt. Ich war da in irgendeinem Rhythmus, der nicht existierte. Hopp. Drunter. Na komm. Hopp. 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 Nein, was soll das? Ich dachte, ich muss drüber springen. Ja, okay. Perlernzeit, ne? Hopp. Hopp. Drunter. Hopp. Aha. Jetzt auf einmal nicht spüren, oder was? Ne, ich heil mich doch jetzt nicht nochmal. 20 Münzen. 20 Münzen. Prö, suche. Ne, war ich nicht. Und nein, was geht jetzt ab? Ich mag es aber auch hinter mir haben, aber Gumbrina bräuchte ich für Infos. So wie mit Gumbrina bräuchte ich auch immer. Kollege, alles gut bei dir? Oh. Weicht zurück, ihr elenden Sterblichen. Verdammt ist jeder, der die Ruhe ihrer winzeren Majestät stört. Kein Scherblicher soll jemand diese Schwelle überschreiten. Mario, Hilfe! Was geht hier ab, ey? So was hatten wir doch schon mal in Kapitel 1, glaube ich, in der Burg. Wisst ihr noch? Ey, jetzt sagt mir aber nicht, dass Logarth noch lebt. Oh nein, es war die Sprache von einer Schwester von Logarth. Oh nein. Kommt das jetzt? Kommt die jetzt dran? Hat sie nicht? Ich meine, sie hat sie eine Schwester. Ich meine, da war die Rede von. Komm, jetzt reicht es aber mal langsam. Es ist jetzt genug. Alter, es kommt. Kommt noch mehr. Es hört einfach nicht auf, Mann. Ah, ich muss ihn jagen. Hey. Hey, du Idiot. Hey. Hab ich dich. Genug vom Wegrennen, ja? Komm, Rina. Was für ein Vollspaß ist das denn hier vor uns? Das ist ein Geister trocken. Das ist das Oberhaupt aller Knochen trocken. 20 KP, 5 Angriffs, 2 Verteidigungen. Uh, da hat was drauf. Erreicht der KP, nur geht er zu Boden, aber er kann wieder aufstehen. Er ist wie ein Knochen trocken. Mit Feuer und Bomben besiegt, kannst du ihn endgültig schlagen. Genau. So ein Geister trocken hat eine Menge KP und ist kein wirklich leichter Gegner. Wie jeder Knochen trocken. Kann auch Versteckung rufen. Kann für ganz schön schwierig werden. Ich wollte eigentlich mal eine Sterne-Attacke machen, aber er hat 20 Leben. Er wird davon nicht sofort sterben, selbst wenn das Treffen würde. Und deshalb wäre es, glaube ich, sinnvoller, ihn erstmal zu schwächen. Und dann, oh, ich mache so wenig Schaden. Ja, jedenfalls erstmal Schaden zuzufügen und dann es mit der Stern-Attacke zu versuchen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. I don't know. Alles klar. Ey, der macht zweimal. Ey, der macht dreimal. Voll los. Problem oder was? Verdammt, ich habe keinen Heilpilz. Warum habe ich keinen W-Net-Belebungspilz? Bin ich dumm? Okay. Okay. Habe ich nicht. Gut. Dann ist es so. Wisst ihr was? Ihr habt den Sternhage verdient. Ihr habt es verdient. Ihr seid der Grund, warum ich diese Attacke einsetzen muss. Alleine ihr seid der einzige Grund. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf. 13, 14, 15, 16. Er lebt noch. Er lebt noch. Ich fahr es nicht. Fahr es heute so. Oh, Gott sei Dank. Ich habe eigentlich das Timing verkackt. Ich habe es richtig gefühlt. Ich habe das Timing verkackt. Boah, 48er Vorgumpe. Wenn wir das jetzt verdoppelt hätten. Boah, ist ein fast ein halber Level ab. Knapp ein halber Level ab war das einfach krass. Und wir kriegen den Palastschlüssel. Für eine Tür im ihren Palast. Ja, hier direkt hier rechts, also wirklich, ne? Ja, ich weiß, der Zauber geht bei uns nicht mehr. Aber ich glaube, ich werde auch nicht mehr erneuern. So gut ist er hier nicht in dem Spiel. Sehr enttäuschend. Arme melee. Ich mag es ja eigentlich. Aber ihr Zauber. Sieht mal so gut wie im ersten Paper Mario. Da war es richtig gut. Was so oft war, kam einfach. Wisst ihr? Ein oder Toppels. 50 Kp. Geil. Geil, geil, geil. Wow, ihr seid nicht geil. Absolut nicht. Ganzhaft. Ich muss wieder gegen die Kämpfe. Ja, okay. Sprung macht keinen Schaden. Ja, 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 Sternblitz. Alles ist mal aufgeklappt. Machen wir es erneut. All meine Schadenenergie weg. Ist aber nicht schlimm, dass ich die gerade weg mache. Jupp. Jupp ist nicht schlimm. Nein, nein, was? Ich habe gedrückt, ich bin ausgerutscht. Nein, ich schwöre, ich habe gedrückt. Was, das reicht? Hä? Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist es nicht schlimm, weil wir brauchen jetzt noch 15 Erfahrungspunkte und dann haben wir ja schon wieder ein Level-Up. Na, dann wisst ihr, was gelevelt wird, Baby. Natürlich wieder OP. Finde es übrigens cool. Ich habe erst letztens gemerkt, die Icons hier für Kp, Bp, OP sind die aus dem alten Paper Mario. Sieht man auch, das Icon von OP. Das Gesicht von Paper Mario, das ganz alte. Was im ersten Teil zum Beispiel. Finde ich einfach so cool. Ich wollte einfach nur erwähnt haben, weil ich es cool finde. Oh, vier von euch. Oh, die XP werden schmecken. Sechs mal vier. Da könnt ihr mal rechnen, was wir kriegen. Ja, wenn er mit dem Hammer getroffen hat. Nee, Erdbeeren sagt nein. Okay. Hammerfuck, der auch den Hitrun gekriegt. Machen wir einen Unterschlag, oder? Machen wir bestimmt mehr Damage. Andererseits. 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 Wait. Vielleicht kann uns jemand anders dem mehr helfen. Auf gar keinen Fall, Barbara. Auf gar keinen Fall. Kupio, das habe ich noch gelevelt, Mann. Ultra-Panzer trifft alle Bodengegner und umgeht ihre Verteidigung. Ja. Wiege noch so viel möglich. Ich weiß, war unnötig, weil die haben keine Verteidigung. Aber ich wollte es einfach mal gezeigt haben. Sieht ja cool aus. Ich weiß ja auch nicht, wie oft ich ihn... Oh nein, ich bin tot. Ich bin oft die Kupio benutzt. Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich muss mich mal heilen. Shit. Ich bin fast tot, Mann. Ich bin blöd. Was zur Hölle. Boing, boing, boing. Tut alle Bodengegner. Bäm. Sechs Schaden. Ist okay. Sieben besser gewesen. Aber das ist auch voll in Ordnung. 28 sogar. Mehr als ich gedacht habe. Oh, sehr gut. Ein weiteres Leveler. Boah, geht das jetzt schnell hier. Die kann man richtig gut farben, theoretisch. Okay. OP auf 42. Also, wenn das nicht crazy ist, dann weiß ich auch nicht. So, und deshalb meine ich Scherner Energie auszubrauchen. Aufzubrauchen, was auch immer. Ist nicht schlimm. Jetzt wieder aufgenommen. Oh, ich bin geheilt. Stimmt. Ich wollte eigentlich das Eintressen. So ein Pilzi. So ein Pilzi, Pilzi. Brauche ich aber gar nicht. Weil wenn noch mal von euch kommen, kann ich Kupio draußen behalten. Aber, oh nein, ernsthaft. Wie lange Kacketen. Jungs, das ist ja wirklich wie ein Paper Mario 1. Oh, ne, das ist schrecklich. Oh nein, wie schrecklich. Haut bitte ab. Oh, die sind direkt vorm Tor. Mal wieder. Mann. Wisst ihr was, mit euch schnack ich nicht lang rum. Nee. Und übrigens die Orden war ich dann später. Wahrscheinlich, Dr. Volker. Komm wir mal. Jedenfalls, haut einfach ab, Mann. Haut einfach ab. Bixer. Genau. X, B, A, B, X, X, A, X. B, X, B, A, B, A. Y, X, A, A, B, Y, B. Das ist jetzt mal eine Komeltex, gell? Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Produziert für was auch immer. Ja, die XP nehme ich immer mit. Auch wenn es nervige Gegner sind. Und ich die nur mit dieser einen Attacke schnell besiegen kann. Ehe, gute Fahrtruppe. Kann man nichts gegen sagen. Okay, hier ist ein Speicherblock. Ich glaube, so langsam wird es wirklich real hier unten. It's about to get real, Freunde. Und Neuorten. A plus V minus P. Erhöhlt die Angriffskraft deines Partners um eins und senkt seine Verteidigung um eins. Äh, ja, nee, danke. Und ein Eishach als ein Item. Äh, ja. Ganz nett. Schätze ich. Danke. Haben wir hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nee. Gut. Dann haue ich mal ab. Bye-bye. Hier geht's weiter. Was, jetzt gehst du wieder nach oben? Ich glaube, es geht immer weiter nach unten. Andererseits, ich kann auch hier lang. Ich geh nicht gerade nämlich nach oben. Warum sollte ich? Nö. Hä? Deja vu? I just spin in this place before? Oh mein Gott. Ich glaube, in Pepperwache 1 gab es sowas ähnliches, oder? In dem letzten Schloss. Da sehen wir auch die Parallelen. Ich hab doch schon mal gesagt, ich mag das eigentlich nicht. Wenn es immer das gleiche ist. Weil das so eine Reference ist, ist es okay. Aber hier in diesem Spiel ist schon übertrieben, wie oft das so die Parallelen hat. Ich komm oben wieder raus. Aha. Was ist denn? Hä? Was sind die Kompi hier? Wenn ich jetzt nach links geh? Hä? Kubrino? Okay, der Prozess ist ein P-Shot-Sein. Mach mir Sorgen. Wollen wir uns? Um sie zu finden. Ja, äh. Ich brauch vielleicht mal Hilfe, wo ich lang soll. Gibt es den Tipp? Hier leuchtet eine Fackel. Das ist die einzige Fackel, die hier leuchtet. Ne, hier leuchtet eine. Dann muss ich wieder zurückgehen. Mal sehen, leuchtet die hier oben. Aha, die leuchtet nicht. Unten leuchtet auch keine. Okay. Dann müssen wir vielleicht hier wieder lang gehen. Ja, einfach wieder zurückgehen. Richtig. Ah, die Fackeln sind das. Wirklich. Ich muss jetzt eigentlich einen Joke machen. Ich bin hier für immer gefangen. Bis zur nächsten Folge. Jawohl. Ich darf noch nicht zu früh reden. Ah, hier ist die Fackel. Okay. Ne, ich muss den Jock doch nicht bringen. Habt ihr noch mal Glück gehabt? Das war's. Hier sind wir. Wow. Ich krieg die Paper Mario 1 Vibes. Sorry, aber das ist wirklich so. Peach Schloss im Himmel sah auch so aus. Diese Halle eben war ja schon ein seltsamer Ort. Aber das hier sind ja wirklich riesig. Diese Katakomben. Wo sind wir hier eigentlich? Ist auch komisch, dass man hier nur hinkommt, wenn man durch das Jungen Tor geht. Anders kann man hier nicht hinkommen. Nicht irgendwie von oben runter bohren oder sowas. Sonst geht das wohl nicht. Wollen wir den Blöden Kettenhunde hier? Wo ist euer Herrchen? Ich mein, okay, ich wäre auch so aggressiv. Hätte ich seit tausenden von Jahren mein Herrchen nicht mehr gesehen. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich auch so aggressiv. Sind das schicknormale Kettenhunde? Hatten wir bisher das ganze Abends noch keine gesehen? Okay nicht? Wo ist die Blüte? Was ist ein Kettenhund? Ich möchte nicht von so einem gewissen werden. Sieben Kp, sechs Angriff, fünf Verteidigungen. Boah, alt ist die gebacht worden. Kennen nur nur sind der harte Brocken. Du musst dich schon anstrengen, um sie zu besiegen. Ach, sie empfügen jeden weder Feuer noch Eisschaden zu. Immerhin sind ihre Kp eher gering. Altyms oder Sternenattacken sind also sehr effektiv. Jedenfalls sind diese Bieste anscheinend sehr aggressiv. Und wann werden die müde? Sternenergie, sagst du also? Verstehe. Ja, ein Schwarzschilder sind Eisschaden und Sternenattacken, weil sonst haben die viel zu viel Verteidigung habt ihr gesehen. Eiks. Genau. Die Musik ist ja auch anders. Oh nein! Was? Wie jetzt? Wie jetzt? Was soll das heißen? Warum gibt es so viel Farms-Bruh? Alter. Was soll das heißen? Warum lebt da einer noch? Was soll das heißen? hallo durch trennt durchdringt die rüstung der gegner welcher unserer partner war das nochmal das kupio ich meine das war kupio sogar der hat auch so ne attacke da muss ich mich auf die nächste folge schlau machen ultrapanzer umgeht ihre verteidigung ob bitte macht sieben schaden bitte macht sieben schaden bitte macht sieben schaden bitte macht sieben schaden dank er macht genauso wie schaden kupio du bist der beste hier in diesem kampf stürmen kupio kann ich einfach easy kaputt machen da brauche ich meine ständer nicht wenn ich sowieso nicht reliable ist anscheinend na gut freunde dann werden wir uns in der nächsten folge hier ich nenne das jetzt mal im kristallpalast wiedersehen und uns hier ein bisschen anschauen sind ihr immer noch piranha pflanzen wenn ich pflanzen piranha ist aber generell wir haben sie denn es ist hier immer noch gar nicht gut